So liebe Leute, einen wunderschönen Nachmittag. Willkommen in den Welle 1 Studios in Innsbruck. Harri Amato, mein lieber Kollege, hat sich gedacht, mach dich doch mit bei diesem Trimspiel, Saufspiel, was ist es auch immer. Er hat gemeint, Feiti, du musst einen Liter Bier auf Ex runter trinken. Wenn du es nicht tust, binnen 24 Stunden, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich ihm eine Kiste Bier spendieren. Was ich jetzt mache, werdet ihr gleich sehen. Wir gehen jetzt rein in mein Büro. Und ja, da ist übrigens Harri Amato. Grüß dich. Hi. Was ist los? Tür zu. Du wirst dann sehen, wenn es auf Facebook ist. Komplätze. Mach zurück hin. So Leute, es ist, wie gesagt, ja, wie soll ich jetzt sagen, bin heute schon ein bisschen länger auf, seit 4 in der Früh. Wir haben da jetzt einen Krug hergerichtet. Allerdings keine Krug Bier, sondern Wasser. Denn der Herr Feit animiert niemanden zum Saufen. Zum Saufen im gesunden Sinne. Gut, jetzt trinken wir eine Liter Wasser auf Ex. Sprich, dann ein Glas, dann eine Krug, davon das Glas auf Ex und dann ein Krug. Und dann hoffentlich muss ich nicht kotzen. Geht's los? Stevie? Einmal frei. Einmal frei. Einmal frei. Kim, du bekommst von mir eine Kiste Bier. Ja, weil er's nicht schafft, eh klar. Er hat's nicht geschafft. Ein Liter Wasser war ihm zu viel. Mhm. Ja. Ja. Ja.